Was ist das Skalarprodukt? Mit den Koordinaten AX und AY und dem Vektor B mit den Koordinaten BX und BY. Und dann heißt das Skalarprodukt von A und B. Skalarprodukt von A und B. Und das kann man natürlich auch berechnen. Es gilt dabei, dass das Skalarprodukt von A und B, das ist die Schreibweise, die dafür üblich ist, sich berechnet aus der Addition der zuvor multiplizierten Einzelkomponenten. AX mal BX plus AY mal BY. So, und mit diesem Skalarprodukt kann man ganz tolle Sachen berechnen, nämlich die eingeschlossenen Winkeln von zwei Vektoren. Der Betrag entspricht ja der Länge der Vektoren und den multipliziert von dem Kosinus des eingeschlossenen Winkels. Dazu ein Beispiel. Sei Vektor A, der Vektor 4 über 3 und der Vektor B, ein Vektor, bei dem Sie 9 nach rechts gehen und 20 nach oben. Dann folgt daraus für das Skalarprodukt, also das Skalarprodukt von A und B berechnet sich dann aus 4 mal 9 plus 3 mal 20. Sie entwandern einfach entlang der Einzelkoordinaten, nehmen die erste X-Koordinate von A, multiplizieren die mit der X-Koordinate von B und addieren dazu das Produkt der Y-Koordinaten. So, wenn man das ausrechnet, 4 mal 9 sind 96. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal anschaut, also das Ergebnis ist eine Zahl, ein sogenanntes Skalarprodukt. Schauen wir uns das mal in einem Koordinatensystem an. In so einem kathesischen Koordinatensystem abgetragen, mal sehen, ob ich das jetzt hinkriege. Also 4 nach rechts und 3 nach oben, das ist A. So, und jetzt 9 nach rechts und 20 nach oben. 9 nach rechts und 20 nach oben, das ist B. So, und jetzt sehen Sie, dass A, Vektor A und Vektor B einen eingeschlossenen Winkel haben, den hier. Und das ist der Winkel Alpha. Und den Winkel, den kann man jetzt sehr einfach berechnen über das Skalarprodukt, das wir ja bereits berechnet haben. Das Ergebnis war ja 96. Ich schreibe das auf. Also das Skalarprodukt von A und B konnte ja auch berechnet werden über das Produkt der Beträge von A und B, also der jeweiligen Längen, multipliziert mit dem Kosinus von Alpha. Und das Ergebnis entspricht 96. Das ist natürlich äquivalent dazu, dass man sagen kann, der Kosinus von Alpha ist 96 geteilt durch das Produkt der Beträge. Jetzt muss man nur noch die Beträge ausrechnen und schon hat man den Winkel. Den Betrag eines Vektors, den kann man über Pythagoras ausrechnen, der entspricht der quadrierten Einzelkomponenten addiert. Und der Vektor A hatte ja die Koordinaten 4 und 3. Das heißt also, die Länge entspricht 4 Quadrat plus 3 Quadrat und daraus die Wurzel. Das ist die Wurzel 25 oder auch 5 und die Länge von Vektor B, dem Quadrat von 9 plus 20 zum Quadrat und daraus die Wurzel. Das ist Wurzel 481. Das kann man im Kopf. Das sind 21,9317 und so weiter. So, machen wir weiter. Der Kosinus von Alpha ist also 96 geteilt durch das Produkt von 5 mal 21,93 und so weiter. Das sind 109,6586. Bildet man jetzt die Inverse von Kosinus Alpha, kommt man auf den Winkel Alpha und der ist ungefähr 28,9 Grad. Ja, die Inverse von Kosinus finden Sie auf Ihrem Taschenrechner. Shift und Kosinus drücken. Zweites Beispiel und jetzt wird es wichtig. Und auch ein wenig einfacher. Ja, wir stellen uns zwei Punkte vor. A und B. Punkt A liegt bei 5 und 1 und Punkt B liegt bei minus 1 und 5. Schreiben wir es noch als Vektor. Vom Nullpunkt zu A, 5 nach rechts, 1 nach oben und vom Nullpunkt zu B, 1 nach links und 5 nach oben. Wenn man das Ganze jetzt zeichnet. Punkt A, 5 nach oben und vom Nullpunkt zu B, 1 nach oben und vom Nullpunkt zu B. A, 5 nach rechts, 1 nach oben, der liegt hier und der Vektor von Nullpunkt zu A verläuft so. Und der Vektor B, 1 nach links und 5 nach oben. Zeigt in die andere Richtung. Und die beiden schließen ebenfalls einen Winkel ein und man kann schon erkennen, dass dieser Winkel offenbar 90 Grad beträgt. Das Ganze kann man jetzt überprüfen mit dem Skalarprodukt und das ist eine sehr wichtige Eigenschaft vom Skalarprodukt. Wenn man das berechnet, wieder die einzelnen Komponenten multiplizieren und dann miteinander addieren. Das wäre also 5 mal minus 1 plus 1 mal 5. Und das ergibt Null. Das Skalarprodukt ist in diesem Fall also Null. Und wir wissen, wenn man das Skalarprodukt schreibt als multiplizierte Beträge und dem Kosinus von Alpha und weiß, dass das Null ist. Und man weiß ja auch, dass A und B eine gewisse Länge haben. Das heißt, die können nicht Null sein, die Beträge. Dann muss also der Kosinus von Alpha Null sein. Und wann ist der Kosinus von Alpha Null? Wenn Alpha 90 Grad beträgt. Das heißt, die Beträge.